Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Oder von wo in der Welt auch immer Sie uns zusehen. Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf Wetten, dass... Wir verabschieden heute den Mann, der bisher 153 Mal unvergleichlich durch diese Sendung führte. Eine Legende. Thomas Gottschalk. Natürlich gehören die größten Weltstars auf dem legendären Wettsofa zum Erfolgsrezept. Vor allem aber sind es die Wettkandidaten gewesen. Mit ihren skurrilen und genialen Wettideen. Die scheinbar Großen menschlich zu machen und die scheinbar Kleinen hochleben zu lassen. Genau das ist Wetten, dass... Lieber Thomas, ich gebe ab nach Offenburg. Es wird ein letzter, unvergleichlicher Abend. Mit dir top. Die Wette gilt.